So, Nowak. Ja, der bergt dann auch nicht. Ach, hier ist der Dino, oben auf dem Dino. Nee, da war ich noch nicht. Was macht der hier? Ach, der Viktor. Ja, komm, rat mir ein an den Storch. Wenn das nicht meine gute Bekanntschaft aus Goodsprings ist. Du bist doch Sheriff von Goodsprings. Was machst denn du hier? Ha, erste Frage. Wenn ich das wüsste. Irgendwie hat es mich nach New Vegas gezogen. Denke mal, ich werde es rausfinden, wenn ich da bin. Was ist das hier für ein Ort? Nowak, netter Ort, würde ich sagen. Aber mal unter uns. Als ich hier ankam, hatte ich ein ungutes Gefühl. Passen Sie auf sich auf. Mach ich. Geht mir genauso. Kann der alte Wick was für Sie tun? Klar. Ein Bett und ein paar Vorräte. Naja, das hier ist nicht New Vegas. Aber ich denke, Sie werden finden, was Sie suchen. Probieren Sie es vorne im Büro. Mach ich. Du hast gesagt, dass die Leute, die mich angegriffen haben, diese Richtung gingen, ja? Nein, habe ich nicht so viel, ich weiß. Doch. Aber Sie könnten sich umhören. Die Leute von Nowak sehen normalerweise jeden, der hier langkommt. Nein, nein, das sagt man ja zudem. Wir sehen uns. Howdy. So, dann gucken wir mal, ob man hier auf den Dino draufkommt. Ah, hier geht's rein. The Dino. Willkommen zurück, Damen und Herren. Hier spricht Mr. Dino. Willkommen, nur Herr Reinsch... Willkommen im Dino-Bite. Ich bin Cliff. Wenn Sie wegen der T-Rex-Figuren hier sind, kommen Sie gerade noch rechtzeitig. Ein paar habe ich noch. Ich will keine. Ich suche einen Mann mit dem karierten Mandel. Haben Sie so jemand gesehen? Klar, aber er hat keine Souvenirs gekauft. Wird er sich an, als hätte er sein Geld vergessen? Seine Freunde waren deshalb ziemlich enttäuscht. Wäre ich aber auch, wenn ich so einen tollen Laden finden würde und dann mein Geld vergessen hätte. Vielleicht kann Manny Ihnen mehr sagen. Es schien so, als würde er ein, zwei von Ihnen kennen. Tagsüber ist er oben im Dino-Mail. Grauen will ich nicht spielen. Okay. Bei Manny waren das Nachfragen, wohin die... Karne gezogen sind. Erstmal gucken, was der hier alles anbietet. Die will ich nicht. Ja. Was mit Vorräten? Waffen. Ja, dann zeig mir mal, was du da verkaufen hast. Was mit Vorräten? Ja. 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 Dann zeig mir auch alten enforceißt. Ja. 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 않는 Americans, ist das in Ordnung, of diełośćет hier. Jetzt ist er auch gor attends. Ja. 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 ich habe die dann gehen wir doch mal hoch hier habe ich wahrscheinlich nichts das machen wir auch so geduld da da ist auch der boone verdammt vielleicht sie sich ja nicht noch mal so an was wollen sie ja vielleicht aber nicht so jemanden wie sie vielleicht sind sie ja genau das worauf ich hätte warten soll was suchen sie hier als jemand bestimmte suchen könnte ich ihnen sagen wenn ich die person sehe naja wenn sie jemanden in legionsrot sehen oder mit einem haufen sport ausrüstung lassen sie mich einfach wissen sie haben meine frage noch nicht beantwortet ich lerne neue leute kennen ich glaube sie sollten besser ich versuche gerne nett zu sein die mühe können sie sich sparen hat der brocken ja ich bin nicht von hier nein sie sind wirklich nicht von hier wie sie sollten vielleicht nicht gehen noch nicht schlägt die stimmung um warum das denn ich brauche jemanden dem ich trauen kann sie sind nicht von hier schon mal ein anfang ich sagte das ist ein anfang diese stadt hier kann mir keiner mehr in die augen sehen was soll ich tun ich will dass sie was rausfinden für mich weiß zwar nicht ob es überhaupt was rauszufinden gibt aber jemand soll es versuchen ich bin immer eines nachts als ich wachdienst hatte kamen sklavenjäger der legion zu uns ins haus und haben eine frau mitgenommen sie wussten wann sie kommen mussten und kannten den weg genau und sie haben nur karla mitgenommen das hat jemand eingefädelt ich weiß nicht wer sie versuchen ihre frau zu finden ja klar macht er das meine frau ist tot ich will den hurensohn der sie verkauft hat was würde ich machen wenn ich diese person finde woher wissen sie dass ihre frau tot ist das fragen wir mal ich weiß es einfach klar okay und alles weitere geht sie nichts an okay bringen sie die person draußen vor das nest während ich wache habe ich habe die nachtschicht ich gebe ihnen mein er ein kabarett setzen sie es auf als zeichen dass sie neben der richtigen person stehen um den rest kümmere ich mich das muss ich alleine machen gut gut sie werden es nicht bereuen ach noch was wir sollten nicht mehr miteinander reden bis die sache gelaufen ist machen wir auch niemand in der stadt weiß was mit meiner frau passiert ist ist doch besser so sonst ist die legion als nächstes hinter mir her jetzt warten wir aber erstmal weil die tage müssen ja auch noch mit einem reden der hier die tagschicht hat wie lange möchten sie warten wir haben jetzt zehn uhr dann machen wir zwölf acht stunden wer ist immer noch hier ja bis um 9 uhr warten wir noch jetzt ist er weg der andere ist aber nicht da boone läuft hier runter willkommen zurück was kann ich für sie tun kommen sie bald wieder vorbei das frage ich jetzt nicht wenn der boone direkt hinter mir läuft geht der jetzt raus in der andere kommt rein oder was hat er nämlich tot geschlagen schon nett hier und kommt er jetzt warten wir einfach mal nochmal zwei stunden oder drei da ist er doch many vagas das geht alter wo sind sie ich bin doch das sohnere Mann sicher den kenne ich was wollen sie denn von ihm muss was ziemlich wichtiges sein wenn man einen kerl so jagt hören sie mal zu ich kann ihnen sicher helfen ihn zu finden aber ich habe gerade selber ein paar probleme vielleicht kommen wir ins geschäft sie brauchen meine hilfe und ich auch auch etwas was brauchen sie novak ist jetzt mein zu hause und das soll auch so bleiben ich mag es hier und habe schon zu oft mein zuhause hinter mir gelassen aber der einzige rohstoff den man hier findet ist schrott ohne ihn hätten die leute hier nichts einzutauschen sie müssten alle gehen wir finden ihn meist beim alten raketentestgelände am ende der straße aber eines tages sind ghoul aufgetaucht und jetzt kommen wir nicht mehr rein es muss getan werden tja sie müssen verschwinden oder das wird bald eine geisterstadt ist mir eigentlich egal was sie machen wenn nur die ghoul verschwinden soll es mir recht sein ok ich werde mal schauen was ich tun kann es würde mir viel bedeuten was weiß ich flieger grüß mir die sonne wer sind sie ich bin manny und ich habe ihr wachdienst wenn sie einen lauf aus dem maul des dinosauriers ragen sehen dann stehen die chancen fifty fifty dass ich es bin ansonsten ist es boone wer ist boone boone ist ein scharfschätze wie ich als wir noch in der armee der rnk waren war ich sein beobachter nach dem ende unserer dienstzeit habe ich ihn überzeugt sich hier anzusiedeln und so kamen wir her ich würde sie ja einander vorstellen aber wir verstehen uns gerade nicht so gut warum sind sie mit uns verstritten seine frau und ich waren selten einer meinung wir hatten ziemlich oft heftigen streit oh ist das hinter der täter eines tages ist sie verschwunden und seitdem hat er kein wort mehr mit mir gewechselt worüber haben sie sich mit boones frau gestritten mensch eigentlich über alles ich bin in nord vegas aufgewachsen mit meinen cousins wir waren schlimme finger trat einer bande bei ich hab's geliebt dann ist was passiert und ich hab das nicht mehr gepackt was ist passiert also bin ich der armee beigetreten hab meine zukunft verdient hab meinen besten freund mitgebracht um diese zukunft mit ihm zu teilen und dann kam da diese frau daher die sich für was besseres hielt und die mir wegnehmen wollte die schlampe und ich waren uns spinnefeind mann jeder hier wollte das das mädel hatte nicht einen einzigen freund im ganzen kaff wollte sie auch nicht sie wollte den ganzen tag bloß zu hause hocken und mies drauf sein hat sie richtig angestrengt gemein zu sein sie hat eine menge leute vergrault sie hätten sie auch nicht gemocht was den Täterkreis nicht verkleinert hatten sie etwas mit dem verschwinden zu tun ehrlich als ich das hörte hab ich als erstes gedacht der hat mir aber Werner einen Gefallen getan einen großen dachte mir Boonie taucht irgendwann auf ist er aber nicht und jetzt denke ich langsam wenn er sie nicht findet dann werden die Dinge nie wieder so sein wie sie waren also gucken was denn der Gang gemacht hat ob sie hart waren Mensch ich war bei den Kahn viel härter wird es nicht ghoul wahrscheinlich bleibt sich gleich vor allem was sich uns auf tausend Meter nähert und nach Ärger aussieht in letzter Zeit hatten wir ghoul die über die Straße vom Repcon im Westen kommen in den letzten Tagen eine ganze Menge die größte Bedrohung ist die Legion im Osten wenn sie uns in voller Stärke angreift überrennt sie uns einfach bisher hatten wir aber wohl Glück ja die kommt nicht hierher jep bis bald hauli so also falls der es doch war sollten wir zuerst mal die Quest von dem Typen hier machen und die Ghoul beseitigen wo ist denn da hin Gerüchten über Ghoulaktivitäten nachgehen ah seht ihr war also gut dass wir da nicht hin sind gut jetzt hören wir uns aber erst nochmal hier ein bisschen um könnte jetzt ein bisschen Gelaber geben hier aber ok hier ist niemand drin was macht der hier haudi wenn es nicht die Wasserkarawanen gäbe wäre Novak schon längst nur noch Staub ach die anderen sind wir wahrscheinlich auch ne ah hier kann man rein Bruce Isaac ah bitte töten sie mich nicht ich schwöre ich werd Moment sie arbeiten gar nicht für Mr. Bishop oder tut mir leid sie sehen genau wie er aus wissen sie sie sind auch so ein knallharter Ödländer ja ach das ist nur ein großes Missverständnis ja genau Mr. Bishop nun ja hat mir Geld geschuldet und weil er so beschäftigt ist habe ich mir gedacht ich nehm's mir einfach beklaut klingt so unschön sagen wir ich habe ein kleines Lohnproblem gelöst außerdem habe ich's ähm irgendwie mit seiner Tochter getrieben so ein bisschen tja viel Glück damit sind sie da Sänger oh sie haben von mir gehört ja stimmt im Shark Club war ich der Top Act die Leute haben hunderte von Kronkorken hingelegt um mich zu sehen warum sind sie den ganzen Weg von Urino hergekommen auch dann erzählt er mir das sie kennen Mr. Bishop nicht er ist nicht so wie die anderen Bosse dort er kennt das Ödland wie seine Westentasche und zieht gern mal los wenn ich nicht ganz so schnell aus der Gegend um Urino verschwunden wäre hätte er mich sicher gefunden und kalt gemacht okay hast du das jetzt hier ja haudi wir sind ja noch gut drauf hier müssen wir nicht schlafen wer wohnt denn hier oh Daisy Whitman ideales Flugwetter in genau solchen Situationen vermisse ich das alles sie waren Pilotin Vertibird Pilot 71 Missionen und nur ein verlorener Vogel oh Rotorversagen über Klamath eine harte Landung aber ich kam davon was machen sie in Nowak ich helfe den Leuten das kompliziertere Bergungsgut zu zerlegen überwiegend Triebwerke die Einzelteile die wir ausbauen bringen normalerweise mehr ein als das ganze Ding am Stück okay für die NK für nein nicht wirklich es ist schon lange her heute ist vieles anders und diese Zeit habe ich hinter mir gut passen sie da draußen auf ihr Heck auf jo haudi okay ist also wahrscheinlich anscheinend ihr Privatzimmer liegt hier rum Kuchen brauchen wir nicht so und haben wir hier kann man da noch reingucken nein das hier ist verschlossen Ranger Andy da ist er Hallo Ranger Andy wir kennen uns noch nicht Sie müssen neu in der Stadt sein ich bin Andy Hi Andy fragen wir gleich mal nach Boone's Frau Wow wenn er ist so aber sein Glück nicht fassen konnte wir wollten es auch nicht fassen dass sie seine Frau geworden ist aber das war nicht der einzige Grund aus dem sie auffiel die Frau hat mit Worten nicht gegeizt wenn sie schon mal besser gegessen hatte oder untergebracht worden war dann sagte sie das auch leider war das ziemlich oft der Fall aber sie meinte das wohl nicht so sie war eigentlich ein niedliches Mädchen Sie wollte sich wohl nur selber daran erinnern, dass es in der Welt schönere Orte als Novak gibt. Und wer kann ihr das verdenken? Der Kumpel von Boon anscheinend nicht. Seine Frau wurde entführt. Er wird wohl nie wieder derselbe sein. Verdammte Schande. Ich habe den Rangers an der Station gesagt, dass sie die Augen offen halten sollen. Aber das Ödland ist viel zu groß. Ja, das stimmt. Was machen Sie hier? Warum sind Sie hier Sheriff? Sie gehören zu RNK? War. War bei der RNK. Damals funktionierten mein Arm und mein Bein noch besser. Was hat er denn? Manchmal kommen sie vorbei, meinen dann immer, dass sie mir ihren Respekt erweisen wollen, diese eingebildeten Bastarde. In letzter Zeit kriege ich keine Antworten mehr per Funk. Haben wohl einfach nur genug davon, mir zuzuhören. Aber ich mache mir trotzdem etwas Sorgen. Teufel, wenn das einer hören würde! Ich klinge wie eine verdammte Glucke. Mhm. Mhm. Allein, der ist auch netter. Komm. Äh, nein. Nein, gut. Sie werden denken, dass ich nicht loslassen kann. Sie sind gute Soldaten. Ich traue Ihnen nicht genug zu. Oh ja, das war ein Verletzter. Ja, zweimal. Beim ersten Mal war sogar meine ganze Seite hin. Musste deswegen die Ranger verlassen. Dieses Mal hat es mich nur daran erinnert, wie nutzlos ich geworden bin. Vor ein paar Jahren hörten wir, dass sich Legion-Sklavenjäger in einem ausgebrannten Haus ein paar Kilometer von unserer Stellung eingenistet hatten. Wir kamen hin und alles war verlassen. Keine Spur von irgendwem. Wirklich gar nichts. Als wir gerade loswollten, hörte ich was hinter mir. Ich drehte mich um und da war dieser Junge. Nur Haut und Knochen. Er schaute mich an, fast zu Tode erschreckt. Hatte sich im Schrank versteckt. Ich ging rein, um ihn rauszuholen. Da sah ich was in seiner Hand. Etwas aus Metall. Er schloss sich wieder im Schrank ein und dann sah ich, dass er mir eine Granate vor die Füße gelegt hatte. Das machen sie oft, die Legion. Kinder einsetzen. Die wissen, dass wir dann zu lange zögern. Das war das erste Mal. Beim zweiten Mal bin ich die Treppen vor dem Hotel runtergefallen. Ich dachte eigentlich, ich hätte das schon alles vergessen. Treppen runtergefallen. Ich glaube, es fällt jetzt nicht ihr Geist. Die machen sich was vor, wenn sie sich benutzt. Komm, wir probieren es mal. 30. Die Leute stehen nicht gerade Schlange, um was von mir zu lernen. Kann mich nicht daran erinnern, wann es das letzte Mal vorkam, dass ich was erzählte. Vielleicht kann ich doch noch was für sie tun. Sie haben sich schließlich die Mühe gemacht, einem alten Krüppel Honig ums Maul zu schmieren. So sieht das aus. Die Ranger haben einen Angriff, mit dem man einen Gegner von den Füßen hauen kann. Hat mir öfter den Arsch gerettet. Hoffentlich rettet er auch ihren. Ich zeige Ihnen, wie das geht. Neue Waffenrecher. Sie haben das Spezialmanöver Ranger K.O. gelernt. Um diese Technik einzusetzen, beginnen Sie einen Kraftschlag, während Sie rückwärts gehen. Ihr Gegner geht zu Boden. Aha, gut. Ich gehe nicht in den Nahkampf. So wurscht. Was ist das hier? Sie kriegen das Überwältigen schon noch. Ja, ich will nur gucken, ob du noch irgendwas für mich hast. Sie sind die Besten der RNK. Jeder von ihnen so viel wert wie ein ganzer Trupp. Wenn was anliegt, bei dem andere Leute sich vor Angst in die Hosen machen, dann holt man die Ranger. Und wenn man einen Trupp der Veteranen sieht, Jungs, die sich die schwarze Rüstung verdient haben. Tja, was Schöneres gibt es nicht. Die holen wir uns auch noch irgendwann. Moment. Ich weiß, was ich gesagt habe. Aber wenn Sie an der Ranger-Station Charlie waren, sagen Sie mir, was da los ist. Wird mich interessieren. Mach ich. Notiz hinzugefügt. Auszufinden, warum er den Funkkontakt zur RNK-Garnison in Ranger-Station Charlie verloren hat. Okay. Geht das jetzt nicht hier? Manny Vargas erwähnt er einen zweiten Scharfschütz namens Boon, der nachts im Maul des Dinosauriers arbeitet und dessen Frau seit kurzem vermisst wurde. Ja, ja. Das haben wir alles schon gehört. So, jetzt habe ich aber alle Häuser hier durch. Oder hier war ich doch auch drin. Hier war nichts. Und jetzt habe ich ja aber... Ach, hier unten geht es auch noch rein. Das machen wir noch kurz. Wir müssen hier irgendwie noch eine Info bekommen über... Hier. One for my baby. Okay, müssen wir also erstmal den Übelzettel rausfinden. Manny Vargas Zimmer. Ja gut, der wird mir nichts sagen. Ah, guck mal da. Dann gucken wir doch mal, ob der Manny das war. Nachricht, Karn-Gastfreundschaft. Du hast die richtige Wahl getroffen, indem du uns aufgenommen und die Schnauze gehalten hast. Dieser feine Pinkel-Banny ist unruhig, seit wir seinem Boss das Paket geklaut haben. Macht mich tierisch nervös. Aber als ich herausfand, dass wir auf dem Weg nach Boulder City hier durchkommen, da wusste ich, dass ich auf dich zählen kann. Sollten die anderen Karno doch reden. Ich weiß, wem deine Loyalität gehört. Eines Tages wirst du dich daran erinnern, wo du hingehörst. Und deine Brüder und Schwestern werden dich behandeln, als wärst du nie weg gewesen. Du weißt ja, wo du mich findest. Mac Murphy. Okay, aber jetzt auch keine Cut-Notiz hinzugeführt. Oh, Boulder City. Okay, da steht jetzt nochmal das alles. Aber der hat jetzt auch nichts gesagt, ob er hier den Boone seine Tante getötet hat. Boones Zimmer. Ja, da kann ich jetzt nicht rein. Da ist der ja drin. Da muss ich warten, bis es Nacht ist. Drüben ist noch eine Tür. Oder? Nein, keine Tür mehr. Okay. Das haben wir ja immer noch nicht rausgefunden. In Nowak nach Informationen von Boones Frau suchen. Jetzt warten wir mal, bis es Nacht ist. Mal gucken, ob das geht. Zwei. Drei. Es ist acht, neun Uhr. Zehn Stunden. Vielleicht bringt's uns ja was, wenn's Nacht ist. Können wir dann hier rein? Auch nicht. Und hier? Okay. Nachtschicht noch nicht beendet. Ach, guck mal. Da geht der rein. Dann kommt der Boone wahrscheinlich hier raus. Ups. Dann warten wir mal noch eine Stunde. Vielleicht geht's jetzt. Wäre schön, wenn die hier dann das Licht an und aus machen würden. Damit man das weiß. Gucken wir doch mal, wer hier drin ist. Keiner. Vorkriegsbuch. Oh. Oh, guck mal, mein Schrank. Ist auch nichts. Ja, mach das doch mal ein bisschen leiser, Mensch. Dürfte jetzt nicht mehr da sein. Dürfte jetzt nicht mehr da sein. Hier spricht Mr. Hier spricht Mr. New Vegas. Vielen, vielen Dank. Aus. Da müssen wir wissen zu. Okay. Okay, was soll das jetzt bringen? Ich weiß ja immer noch nicht, wer sie ist, ne? Jetzt war ich überall drin und ich weiß immer noch nicht, wer sie ist. Na ja. So, jetzt gucken wir mal. Okay. Also hier müssen wir jetzt noch... Ja, da muss ich ja erst mal wissen, wer sie ist. Okay, das könnt ihr mir ja einfach mal in den Comments schreiben. Und dann finde ich das vielleicht noch raus. Das wäre sehr nett. Ein kleiner Hinweis. Wir müssen ja nicht direkt die Lösung sagen, wer es war. Ich gehe ja mal davon aus, ein bester Freund, aber man weiß das ja nicht genau. Was haben wir hier denn eigentlich noch? Vielleicht gibt es hier was. Da gucken wir nochmal kurz. Okay, hier ist auch nichts. Kein Terminal. Ich hätte eigentlich auf ein Terminal gehofft. Ist er eigentlich da? Vielleicht war es der Victor. Das lasse ich Ihnen mal durchgehen, weil Sie ja schließlich voller Rache dran gegen dieses nutzlose Stinktier sind. Vielleicht war es der Victor. Wir sehen auch... Aber der hat jetzt auch keine neue Sprachoption gehabt. Und so weiß ich es nicht genau. Gut, schreibt es in den Comments und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss.